Die deutsche Autoindustrie informiert. Der Ladezustand der Batterie ist niedrig. So, Jungs, das hier ist unser neuer Tourbus. Bist du voll leise? 100 Prozent Elektro. Nice. Beginnen wir doch mit einer Prise Bohemian Rhapsody, gentlemen. Eissi! Akku leer. Ich dachte, der war voll. Oh. Kabel zu kurz. Lass uns die Karre doch eben schnell aufladen. Dauert auch nur. Acht Stunden. Acht Stunden? Acht Stunden? Alter, der Typ hat doch nicht ernsthaft 30.000 Euro aus der Bandkasse genommen. und das Ding hierfür gekauft. Okay, Jungs, ist fertig geladen und kann los. Alter, du kannst doch in einem Elektrowagen nicht einfach so dein Handy aufladen. Gute Nachricht, Jungs. Die nächste Ladestation kommt in 15 Kilometern. Elektroautos aus Deutschland, gemacht für den Alltag. Von morgen oder übermorgen müssen wir uns da festlegen. Aber wir kriegen das hin. Bald. Bestimmt.